Dies ist der Mikrochip Futterautomat Connect. Er ermöglicht akkurates Portionieren und das Beobachten der Fressgewohnheiten Ihres Haustiers. Er hilft dabei, Überfütterung zu vermeiden und die Diät Ihres Haustiers leichter zu kontrollieren. Die App zeigt Ihnen, wie viel Ihr Haustier gefressen hat, wann es zuletzt gefüttert wurde und wie viel Futter noch übrig ist. Notifikationen lassen Sie wissen, wenn Ihr Haustier gerade frisst. Im Laufe der Zeit werden Sie die Fressgewohnheiten Ihres Haustiers besser verstehen und Ihren Tierarzt auf ungewöhnliche Veränderungen hinweisen können. Sobald die Futtermenge in der App gespeichert ist, zeigen Ihnen die LEDs an, wann das korrekte Gewicht erreicht wurde. Der Futterautomat erkennt Ihr Haustier an dessen Mikrochip oder Halsbandanhänger und öffnet sich nur für dieses. So können Sie Ihre Haustiere gezielt ernähren und verhindern den Futterklauf. Nassfutter bleibt unter dem Deckel länger frisch, sodass sich Ihre Haustiere beim Fressen Zeit lassen können. Die entfernbaren Teile machen die Reinigung ganz leicht. Über den SurePad Care Hub, welcher auch mit den Connect Haustierklappen funktioniert, werden Daten in Echtzeit direkt an Ihr Smartphone gesendet. So wissen Sie immer, was Ihre Haustiere gerade machen, ganz gleich wo sie sind. Das Gerät ist ideal für Katzen und kleine Hunde. Der Mikrochip Futterautomat Connect – bedarfsgerechte Fütterung für ein gesundes und glückliches Haustier. Das Gerät ist ideal für die Behandlung der Einheit, Mulher B someplace ist gewisse, denn die Behandlung ist ein einzuschränkmal. Das Gerät ist ein besonderes Infos. Das Gerät ist ideal für die Einheit. Das Gerät ist ideal für die Einheit. Vielen Dank.